Hallo liebe Freunde des leichten Namen mit der Spaßes, hier ist euer Rikulat mit Hearthstone. Oh, ja das gibt es schon bei uns, aber ich habe mir gedacht, ich spiele es jetzt auch mal. Oh mein Gott, was ist denn das? Bist du es? Ja, ich bin es. Oh mein Gott. Ich werde dich jetzt vernichten. Eigentlich wollte ich das ja ganz ruhig anfangen und dann wofürst du einfach daher. Achso, jetzt habe ich dich direkt rausgeschlagen hier. Was, müssen wir nochmal starten? Wieso? Ne, okay. Ja, ich werde hier mit meinem Shami deck, das habe ich mir schon mal vorher erstellt gehabt, weil ich habe es ja privat schon gespielt sozusagen. Und ich werde auch in der nächsten Folge dann mit euch zusammen den Deck erstellen. Ich werde nicht mit dem Shami dann spielen, sondern ein anderes, ich weiß auch nicht welches, vielleicht Palau oder so. Ich weiß ja, weil das da ist, die erstmal alle durchprobiert hat. Jetzt habe ich erstmal eine Bühelflasche runtergeschmissen. Genau, ich habe auch schon ein bisschen Erfahrung, habe ein bisschen von mir gefühlt. Hattest du gewollt? Oh, das sieht natürlich schon mal schön aus. Jetzt kann ich natürlich nicht verraten, was ich habe. Aber so geht das ja leider noch nicht. Und jetzt kommen so ein paar Battles auch. Genau. Wird es wahrscheinlich auch eventuell mit der Larandier geben, worauf ich mich auch sehr freue. Oh ja, das schaut schon besser. Oh ja, das gefällt mir schon sehr gut. Ich bin doch jetzt Zweiter dran, das ist auch nicht schlecht. Ja. Dann schauen wir mal, was er macht. Wir kloppen hier erstmal den Rubin aus dem Auge raus. Ach, bin ich schon wieder dran? Ich glaube, das bringt Unglück. Immer wenn ich das mache, dann habe ich in Arena immer verloren. So, dann hauen wir gleich mal die Münze raus. Das bringt einen Mana-Kristall. Und dann hauen wir hier mal einen geisterhaften Krabbler raus. Wenn er stirbt, hat Darius Probleme. Okay. Das ist eine Karte. Ich habe mich noch nie gesehen. Das ist eine Karte aus Naxxramas. Die kriegt man als Belohnung, wenn man den Boster besiegt. Ich habe die ersten zwei Boster in Naxxramas ja schon fertig. Nur an mein Exner bin ich gescheitert. Was ihr wolle? Was ihr wolle? Oh, ein Sport. So, mal schauen. Ich weiß gar nicht mehr, was mein stärkstes Deck eigentlich war. Ich glaube, es war aber ein Magier-Deck. Ich habe bloß drei Decks. Selbst zusammen. Ja, ich habe nur einen Deck. Das ist das Shami-Deck. Oh, was ist denn jetzt los? Jetzt ruckelt es. Es laggt. Jetzt laggt es. Oh, ein Heilungstutem. Sehr nice. Ja, komm, Raphon. Kannst dir schon leisten. Es ist mal ein bisschen überraschend, dass man auch mit seinen Gegnern reden kann. Das ist eigentlich nicht. Ja, das ist... Gott, das hattest du auch noch nicht, gell? Ich fand es auch schon cool. Ich habe auch schon die ein paar Duelle mit Laren Deer gespielt. Das ist schon ganz cool. So. So hast du schon aufgenommen, oder? Nein. Das war privat. Privat? Oh, in meinem Heilungstutem. Ich hoffe, dass ich meine Erzählung gefällt. Mei. Das war's. Ja, das ist immer das Geilste. Darauf freue ich mich immer am meisten. Ich versuche mal, meinen Mann auszugeben. Ups. Was? Oh. Oh. Schau da auf den Tisch. Auf den Tisch, oh. Ja. Ja, ich weiß. Schon gut, Fra. Ich muss den Diener mit Spott angreifen. Ich wollte den jetzt voll alleine reinknallen, aber... This is not possible. Das geht mir jetzt ab. Bei mir passiert noch gar nichts. Was? Jetzt hast du gerade drauf geschossen, ja. So, jetzt geht es richtig ab. Irgendwie lagst du bei mir ein bisschen, komischerweise. Oh, ich habe mich voll auf die Fresse gekriegt von ihm. Oh, geil. Oh, das ist ja geil. Ja, es müsste eigentlich gleich wieder gehen. Kev, sein Upload ist, glaube ich, jetzt gerade hoch. Ach so, deswegen. Ne, du lädst hoch. Ne, ich lade ihn nicht hoch. Doch, du lädst hoch. Nein, lade ich nicht. Das habe ich abgebrochen. Vielleicht ist es noch drin. So. Ich schaue damit. Ah, was tun. Ja. Ah doch, ich habe eine gute Idee. Oh. Das ist immer. Hau da raus hier. Was hat dir das gebracht? So, nur ein Spott. Naja, dann hat mir ein Spott gebracht. Ist das nicht cool? Genau. Bam. Es ruckelt wieder bei mir. Es dauert 10 Stunden. Das ist ja scheiße. Ich hoffe, beim nächsten Mal geht das. Nein, Muti. Du nehmen die Kerze. Ja, das ist auch geil. Lois, Tois. Ja. Du gehst. Ich habe immer noch nicht genügend Mal. Nein, nein. Da spielen wir die zwei halt. Warte mal. Und dann war das los. Jawohl. Windzorn, ne? Windzorn, uh. Ja, der ist Endzimber. Das ist ein Mana 1-1er Windzorn. Das ist zwar doof, weil die gleich stirbt immer, aber wenn die mal zum Zug kommt, außer es gibt einen Vollerschlag in die Fresse, dann natürlich nicht. Ingefeiß. Du nicht nehmen, Kerze. Ich bin ein Meister der Magie. Weg damit. Oh nein. Mein Ding, was mir nichts bringt, hast du zerstört. Es muss ja weg. Es muss weg. Es muss alle weg. Oh ja, das ist cool. Ist das Kunst oder kann das weg? Oh ja, das ist geil. Warte. Der macht nur... Ach, obwohl... Ja doch, das machen wir jetzt. Das war's. Das war's. Dieses Heilungstotum ist so geil. Das ist halt in jeder Runde, jeden Char... Ähm, jeden Diener um eins. Das war so klar. Ein Feuerball auf dem Feuerelementar. Das fand ich noch so krass bei WoW. Früher waren die ja noch immun gegen Feuerdinger. Diese ganzen haben sie ja noch mit den Elementarschaden so umgeschissen und dann haben sie einfach alles vereinheitlicht. Dann brauchst du auch kein Feuerdings mehr. Oh, jetzt hab ich mir erstmal gemütlich Feuer angemacht, ja. Dann schnarche ich da in einem Zelt. Zick, 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 zick. Ich frage mich, ob... Ja, das war das Schlaueste, was du machen kannst. Und jetzt gib einfach ab und lass mich Schaden machen. Ja... Oh ja, geil. Oh, geil. Oh. Das ist jetzt der Spritzer des Tages. Da ist es wieder. Hallo. Ja, dann machen wir das doch so. Hier hin. Du kommst da hin. Dann machen wir noch das hier. Ich hoffe, ich bekomme Erkan-Explosion. Ein Schaden an einen. Super, da ist mein Exeldoktor tot. Aber mein Heilungstor dem Heilt um eins. Das heißt, der stirbt nicht. Die Tore sind geöffnet. Oh, na. Den hab ich, glaub ich, auch entdeckt. Weil, Alter, wenn das zu... Was? Yo. Yo. Ja, da ist er schon wieder. Jawohl. Jetzt, äh, jetzt drehst du auf, oder was? Aber hallo, geht noch was. So. Feierabend. Na, so. Na, jetzt hast du keine Chance mehr. Gegen mein übermächtiges Deck der Hölle. Ja, vielleicht hab ich noch Glück. Nein, du hast kein Glück mehr. Das Glück hat dich soeben verlassen. Ich werde dich jetzt bedrohen. Oh Gott. Was ist denn das für ein Scheiß? Frost-Dover. Natürlich. Na toll, den muss ich angreifen. Weg damit. Na, na. Ich liebe das Totem. Ich liebe die Totems. Einfach, das ist das Beste. Ja, du hast doch... Oh, jawohl. Jawohl. Einfach mal voll der Spritzer-Skill. Du hast doch einfach, wie sag ich, immer was draußen mit deinem Scheiß Totem. Ja, wenn du aber dagegen wirkst, dann ist es schon ganz schön hart einfach, weil die Steck ist da auch noch nicht ausgewogen. Ja, aber wenn du jetzt wirklich die Scheiß-Karten hast. Ja. Das ist, weil du Scheiß willst, was? Ich bin bereit. Aber ich nicht. Die sind auch geil. Ich bin bereit. Aber ich nicht. Nein. Nein. Du kannst nur den mit Sport angreifen, auch mit Zaubern. Ja. Ja, ist so. Lass es. Pfui. Nein. Ich habe beide Karten anschaut. Hm, den. Scheiße. Nein, das ist anderes Haus. Was mache ich jetzt, Mann? Richtig. Ich habe zum Beispiel Uga der Felspäste auf der Hand. Was soll ich nicht tun? Nein. Scheiße, Mann. Das ist ein 3-1er Schaf, Alter. Das hat sich nicht verdichtet. Oh, Mann, ey. Jawohl. Das ist eine geile Karte. Ja, ganz toll. Wir alles bekommen, ey. Jawohl, Verbrennungstotum. Ja, gut, jetzt habe ich eher alle Arten von Totums draußen. Oh, mein Bild. Nee, du nicht. Oh, warte mal, Idee. Sie haben sie ausgetauscht. Jetzt komm, nächste Runde bekomme ich was Geiles. Jetzt bräuchst du tatsächlich da keine Explosion. Sag, erst mal das hier. Erst mal buffen. Und jetzt Buff-Food. Hm, nom, nom. Und Feuerball, komm, schon gibt's mehr. Ja, jetzt habe ich verloren. Nein, nicht ganz. Wir müssen den Sonnenbrunnen, Leute. 3-1 schaffen. Ja, das ist ein Winzer und Scharf. Das ist mega, Scharf der Hölle. Ne? Das Scharf schreif dich. Das hat BSE. Das hat BSS. Das hat BSS, oder? Ja, mit einem Scharf, äh, mit zwei habe ich überlebt dir. Ja, wenn du den nicht geschiebt hättest, dann nicht. Jetzt kannst du davon. Jetzt geht's um die Wurst. Um die Wurst. So. Äh, ich glaube, du hast dir verloren. Logisch auch. Ja, das ist geil. Nein, nicht das Winzer und Scharf. Du darfst es nicht vernichten. Ja, ich habe eigentlich jetzt verloren. Theoretisch schon, ja. Ja, gut. Und er drückt auf. Ja, er drückt auf. Ja, er drückt auf. Aber es war ein nettes. Du musst noch eins spielen. Ja, komm. Wir haben ja echt fünf Minuten. Soll ich nochmal Shami spielen, oder soll ich lieber also mal By The Random irgendwas nehmen? Nö, ich, äh, mir ist egal. Okay, dann nehme ich nochmal Shami. Danke, ciao. So. So, mal schauen. Also mir gefällt das Deck relativ gut, aber ich habe gemerkt, ich bin auch noch nicht so Profi. Wo ich in Spielenmodus gespielt habe, habe ich noch einige Probleme gehabt. Ja, das kommt auch mit Glück darauf an. Das stimmt aber allerdings auch. Wenn natürlich immer nur 6er Karten am Anfang funktiert, dann am Ende 1er Karten, dann hast du verloren. Du bist ja zuerst dran, ich mag das, ich hasse das zuerst dran zu sein. Ja, ich mag das, wenn ich, ähm, die scheiß Ding bekomme. Die Münze, ja. Ja, die ich jetzt gerade bekommen habe. Ja, weil du die Zweiter dran bist. Das ist nicht immer. Das bist du nur, wenn du, wenn du Zweiter bist. Naja, aber nicht immer, wenn du Zweiter bist. Doch, du kriegst sie immer, wenn du Zweiter bist, wirklich. Das ist so. Mein Schurken-Deck ist, glaube ich, viel besser. Keine Ahnung, sehen wir dann schon. Jetzt ziehe ich natürlich das Verbrennungs-Totem als erstes. Eigentlich hatte ich auch das letzte Mal Glück mit dem Totem selber. Absolut, nur Sport. Ja, ich glaube, da ist viel Sport drinnen im Deck. Sehr viel Sport. Auf meine Kosten wahrscheinlich. Das wäre lustig, aber das machen wir jetzt nicht. Ja, heil dich, du dummes Totem der Hölle. So, jetzt schauen wir mal, sind wir wieder gespannt, was der Darius macht. Ich finde auch diese Meucheln-Fähigkeit. Da gibt es eine Karte beim Schurken, die heißt ja Meucheln oder so. Die ist total scheiße. Ich hasse die. Das ist genau wie hinrichten. Das ist auch so ätzend. So, mal schauen. Was haut er raus? Hat jemand den Arzt gerufen? Boah. Voodoo King. Aber ich finde es doof, dass sie nicht die Originalstimme von Treuverwänden haben. Weil das spricht das so normal aus. Hat jemand den Arzt gerufen? Sonst hat jemand den Arzt gelaufen. Ich bin ein Dadao, ich muss Kohle sprechen. Jo, man. Genau so. Mojo, man. Gib mir das Mojo. Ich weiß noch, auf meinen alten Charter habe ich noch so ein gewaltiges Mojo und so. Und so ein Charter. Warum tut er das? Für den König. Für den König. So, diesmal lasse ich dir keine Chance. Ja, ich merke das schon. Du hängst mich ganz schön ein. Nicht. Gehen wir dann gleich. Will ich meinen Nino voraus machen. Der Nino moves. Null. Jetzt geht es rund hier. Zeige ich dir mal die Macht der Totems. Ich schmeiße dir aber meinen Totem mal in den Kopf. Oh, oh, oh. Jetzt sechs Mana. Oh, jetzt kommt die dicke Kreatur. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Äh, ja. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Ja, tu nur. Du nur zu. Ach, die dürfen noch nicht. Die dürfen noch nicht. So, dann machen wir erstmal den Kollegen hier. Dann. Hm, das bringt nichts. Das war's. Das war's. Hm, wir haben jetzt das wenigstens einen Throge. Hat dir deinen, deinen Verstärken gar nichts gebracht, ja. Damit du das weißt. Hm, hm. Der Frostwolf-Clane ist bereit. Hm, hm. Na, der ist Endzimba, ey. Ich geb den auch. So. Na, ich komm schon noch. Ja, das hab ich vorhin auch gedacht. So. Lalalala. Auf wen? Mach mal das auf den da. Na gut, du kannst mir jetzt mit deinem Schlag wegputzen, aber... Egal. Es ist weniger geworden da drüben. Oh, ich beherrschung. So. Ja. Ja, klar. Ihnen ist schon recht, ja. So, aber Feuer. Der Achte haut rein. Ja, das war cool. Findest du so geil, wie du es dann so richtig mächtig schaden möchtest? So bämt, gell? So bämt, gell? So bämt. Ja, das ist voll geil. In dein Gesicht. Ja, die schon wieder, ey. Du magst das so gerne. Stimmt. Ja, diesmal hab ich das Glück der Karten auf meiner Seite. Boah, das ist immer noch eine 5er Scheißdrecke, ey. Also, wir werden sie gar nicht zu besiegen, aber... Du hast mir ja keine Wahl. Ja, natürlich. Ja, das hab ich mir auch gedacht. So, erstmal da, zack. Der Frosch. Eigentlich könnte ich jetzt fertig machen. Stimmt, scheiße. So, jetzt sind wir schon. Ja, jetzt sind wir schon. Jetzt sind wir wieder. Du Arsch, ey. Jetzt sind wir wieder auf gleicher Hülle. Und sag ich, scheiße, ich hatte zweimal diesen Frostwolf-Typen auf der Hand, ey. Ja, das Deck ist auch noch nicht ausgereibelt. Ich sag's ja. Das ist das halt. Aber das Schöpfendeck ist auch stark. Ja. Naja, geht schon. Jo. Jetzt hat man 17 Minuten. Das, glaub ich, passt so. Ja, das ist okay. Das hat jeder einmal gewonnen. Das ist auch wieder fair. Das kam, er ist wieder hergestellt. Ja. Alles klar. Dann, danke für euch für die erste Folge zum Anschauen, ja. Und bei mir geht's im Wald weiter mit Hafstern. Ich weiß nicht, was der Domi macht. Der chillt, was ich nicht verlieben. Ich chill mal so ein bisschen dahin. Alles klar, gut. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.